ja hallo und willkommen zu einem anderen video es tut mir leid dass die paar wochen keine videos gekommen sind weil ich hatte leider ein paar probleme mit diesem programmchen hier aber jetzt scheint ja alles behobens sein auch mit diesem mikrofon hier und ja ich weiß zwar nicht welche folge das als erstes raus kommt entweder das tm forever game dort das rennspiel oder minecraft das weiß ich nun leider nicht welches das ich als erstes raus haben werde aber lasst euch überraschen und ja das wird das kürzeste video von diesem kanal werden und ja und es wird auf diesem kanal auch noch ein anderes video kommen also nicht gaming oder so sondern was anderes mit hardware pc hardware zu tun ich hatte am anfang dieses video also dieser video vorstellung also von meinem kanal gesagt es werden nur games kommen aber das stimmt nicht ganz nämlich ich habe mir gestern ein video gemacht wo ich einen anderen einen kleineren desktop pc zusammengebaut habe mit einem amd zwei kerner an einen ganz kleinen cpu sag ich jetzt mal so nicht von der größe her sondern vom gigahertz zahl her aber lasst euch überraschen und ja dann sage ich mal nein noch nicht noch eins mit dem video es tut mir leid dass bei diesem video also nicht bei diesem video bei dem video wo ich dann hochladen werde vom pc zusammenbauen da wird die kamera qualität so extrem schlecht sein das ist warte das andere programm von der logitech software keine ahnung was das macht ich bin schon auf full hd drin aber trotzdem das sieht aus wie 320p oder so es tut mir leid aber ich werde es wahrscheinlich mit einer füllte noch drüber ziehen lassen aber ich kann es nicht ändern wenn es jetzt so grob wechsel ich jetzt also dann tschüss drüber ziehen wir jetzt